In Istanbul hatte ein Mädchen Glück im Unglück. Als die zweijährige Doha Mohamed aus dem Fenster stürzte, stand der 17-jährige Fössi Sabbat schon bereit, um sie aufzufangen. Diese Aufnahmen einer Überwachungskamera aus dem Stadtteil Fatih zeigen, wie sich Sabbat unter das Fenster im zweiten Stock stellte, weil er von einem Laden in derselben Straße aus beobachtet hatte, dass das Mädchen kurz davor war zu fallen. Laut lokaler Medien war das kleine Mädchen zu dem offenen Fenster geklettert, als ihre Mutter in der Küche beschäftigt war. Dohas Familie stammt aus Syrien, ihr Retter Sabbat aus Algerien. Für Dohas Familie ist er nun ein Held.